und damit herzlich willkommen zu einem weiteren gta 5 online wie du hier auf meinem kanal neben 500.000 dollar die in strokes games ja in dieser woche schenkt gibt es auch noch sehr sehr viele andere richtig nice spezialaktionen die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden falls du neu bist kurzen abo da lassen würde mich sehr freuen und die glocke aktivieren damit du keine weiteren videos oder streams verpasst wir starten rein in das heutige video nicht vergessen freunde heute abend also am sonntag ab 20 uhr starten sie live stream hier auf youtube und auf twitch wenn ihr bock habt seid mit dabei wir werden 20 million dollar verlosen tuning treffen machen und so weiter sagt den kollegen bescheid und stellt euch einen wecker auf heute abend 20 uhr so wie jede woche schauen wir uns jetzt gemeinsam ganz kurz die spezialaktionen an werden mal gucken ob sich davon ja eigentlich irgendwas für euch lohnt oder nicht ihr könnt mir jetzt schon mal gerne in die kommentare schreiben was ihr euch diese woche in gta schon so gekauft habt falls du allerdings in gta noch geld brauchst und dir einige fahrzeuge gar nicht leisten kannst habe ich eine sache würde ich bei meinem partner jodg gaming gibt es gerade 35 prozent rabatt auf alle jomani boost mit dem code wenn im 10 du kannst dir also aussuchen für die playstation oder für den pc wie viel geld in gta du kaufen willst ist der erste link unter dem video in der beschreibung abchecken freunde aktuell über die osterfeiertage 35 prozent rabatt mit dem code wenn im 10 wir fangen an bei legendary motorsport dort hätten wir zunächst mal den invertero coquette d10 für 1,5 millionen normalerweise jetzt für 906.000 dollar kam mit dem summer special rein der wagen ist auf jeden fall ein sportwagen ziemlich schnell sieht sehr schick aus haben auch viele von euch damals geschrieben als ich zu dem fahrzeug video gemacht habe als er neu raus kam und in dem sinne würde ich sagen werden 900.000 auf der bank übrig hat der darf sich den coquette dc diese woche gerne kaufen dasselbe gilt auch für den nächsten wagen und zwar für den grottivisionen da kostet normalerweise nämlich jetzt 2,25 millionen jetzt 1,35 und man spart sich eben fast eine millionen dollar sehr schickes fahrzeug taucht bei unseren tuning treffen ziemlich oft auf und ist auch ja alles ein oder andere mal schon ins finale gekommen oder hat sogar das tuning treffen gewonnen also kann man sich auf jeden fall auch in dieser woche gönnen ich würde sagen wir gehen rüber zu warstock denn da haben wir auch ziemlich viele rabatte am start fangen wir an mit dem annilato da kann mit dem kayo priko heißt erst vor kurzem ins game kostet normalerweise 3,8 millionen jetzt aktuell 2,7 wenn ihr wirklich den besten heli haben wollte er wirklich für pvp und alles drum und dran gut geeignet ist dann würde ich ihn nicht kaufen werden aber einfach mal testen oder ihn halt noch nicht hat weil er noch relativ neues dann kann man sich kaufen ist kein schlechtes fahrzeug wie gesagt aber für pvp gibt es da noch ein zwei vielleicht auch drei andere ja helis die dann doch ein stück besser sind also muss man selber für sich so ein bisschen entscheiden ob man sich den hier zum test kaufen will oder eben nicht als nächstes hätten wir den cargo bob für 1,79 millionen dollar normalerweise jetzt kostet er eine million man spart sich also knapp 7 800.000 10 personen passen rein ist eigentlich immer ein ganz lustiges fahrzeug gewesen aber hier macht man eigentlich nichts falsch wenn man sich den kauft ich meine man spart sich auch einiges also von daher würde ich auch hier sagen ja den kann man sich in dieser woche kaufen bei der valkyrie ist eigentlich das exakt selbe wie beim annilator ist ein sehr guter heli aber es gibt halt wie gesagt noch ein zwei die deutlich besser sind der kostet normalerweise 2,8 millionen jetzt 1,7 da ich kein pvp profi bin will ich zu diesen ganzen helis nicht zu genau ins detail gehen da müsst ihr wie gesagt in den kommentaren selber ein bisschen diskutieren was die besten kampf helis sind und so weiter schlecht ist er nicht das ist fakt also wer 1,7 millionen beiseite hat darf auch dort zuschlagen wir machen weiter bei san andreas mit dem dinker sugoi normalerweise für 1,2 millionen erhältlich jetzt eben bei 734.000 man muss sagen der sugoi ist an sich wirklich ein schlechtes fahrzeug passen vier personen rein aber auch 730.000 ist noch ein kleines bisschen teuer ich glaube man muss bedenken dass der wenn ich nicht falsch liege vor paar monaten sogar noch im casino war deswegen gehe ich auch davon aus dass einige von euch den sugoi bereits im casino eben gewonnen haben von daher würde ich hier tatsächlich eher nein sagen wir gehen weiter zum nagasaki auto und hier meine freunde bin ich wirklich überfragt ich habe das fahrzeug noch nie getestet ich habe auch irgendwie keine kollegen oder sonst jemanden der das fahrzeug eben besitzt oder ich saß da noch nicht drin deswegen kann ich dazu absolut nichts sagen deswegen freunde wer ahnung hat zu diesem fahrzeug zum nagasaki auto hier bitte in die kommentare schreiben ob sich der lohnt oder nicht ich habe wirklich keine ahnung von diesem wagen es geht weiter freunde ihr seht wir haben diese woche wieder sehr sehr viele rabatte am start jetzt kommen wir zum karin sultan normalerweise für 1,7 erhältlich jetzt eben für eine millionen karin sultan einfach ein legenden auto kann man schon sagen bei tuning treffen immer wieder mit am start ist ein sehr sehr neises fahrzeug hier würde ich sagen wer das geld hat wer eine millionen parat hat der darf sich den sultan in dieser woche auf jeden fall gönnen kommen wir jetzt zu litas dort haben wir auch noch drei fahrzeuge einmal den howard nx25 der kostet normalerweise knapp 1,3 jetzt für knapp 770.000 verfügbar hier würde ich tatsächlich auch sagen ja ich glaube es ist klar dass die fahrzeuge die hier sind jetzt ja eigentlich keine pvp fahrzeuge sind aber vom flugverhalten macht der howard extrem spaß also ja wie gesagt kann man sich auf jeden fall in dieser woche gehören die letzten beiden fahrzeuge im rabat sind einmal die vestra für 570.000 normalerweise knapp eine million und eben noch den maverick von 780.000 auf 468.000 und da würde ich bei beiden tatsächlich eher so ein bisschen nein sagen die fahrzeuge haben jetzt nicht wirklich krasse funktionen pvp fahrzeuge sind sowieso nicht und ja auch wenn man jetzt hier sich einige spart würde ich da trotzdem eher bisschen ja zu anderen fahrzeuge rüber gehen da gibt es deutlich bessere und ja könnt ihr mir trotzdem gerne in die kommentare schreiben was ihr vom vestra und vom maverick haltet das wird an der stelle eigentlich auch schon mit dem video gewesen sein ihr habt gesehen es waren zehn elf zwölf rabatte also roxy games hat wirklich in der woche wieder extrem begönnt paar gute sachen waren auf jeden fall mit dabei wie gesagt schreibt mir die kommentare was du dir gegönnt hast heute abend freunde ab 20 uhr sehen wir uns auf jeden fall im live stream bis der macht wenn es euch gefallen hat noch kurzen daumen nach oben geben abonnieren glock aktivieren haut rein freunde und ciao